Sie können heute Ihr Navigationssystem bedienen, ein Ziel eingeben, navigieren nach München-Karlsplatz oder einen Anruf starten, anrufen bei Thomas Gruber, einen Radiosender wechseln. Mit der Diktierfunktion können Sie nun beliebigen Text frei diktieren. Hallo Christian, der Termin findet heute um 16 Uhr statt. Beste Grüße, Michael. Hallo Michael, neue Zeile. Vielen Dank für die Nachricht. Punkt, neue Zeile. Ich werde pünktlich da sein. Punkt, neue Zeile, neue Zeile. Viele Grüße, neue Zeile, Christian. Yuan. Untertitelung des ZDF, 2020 The dictation function extends the speech dialogue systems in our cars. For years you could control the navigation system by voice. You can enter an address, you can make a phone call, you can switch the radio station. Now, with the dictation function, you can freely dictate text. Hello Christian, our meeting is at 4 p.m. Best regards, Michael. Hello Michael, comma, new line. Thank you for your message, full stop, new line. I will arrive in time, full stop, new line, new line. Best regards, comma, new line, Christian. Thank you, John.